Sturmsoldaten von Level 2 auf Level 3 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte töten und einen Gegner mit der Kampfgeist-Technik. Das ist die Klassentechnik des Sturmsoldaten. Da unten haben wir schon eine Patrouille. Können wir schon mal ein paar Gegner wegmachen. Hm, das waren 3. Bleiben noch 12. Ich höre noch eine Patrouille. Da haben wir noch welche. So, das waren 5 insgesamt. Und hier im Stadtzentrum finden wir bestimmt auch noch ein paar Wachen. Oh, da haben wir einen Konvoi. Überfallen wir den doch ganz einfach. Klassentechnik ist leider noch nicht bereit. Oh, shit. Machen wir den Schalldämpfer ab. Das bringt ja hier nichts jetzt. Oh, shit, 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 shit! Warum geht er denn aus... Warum ist er denn jetzt aus der Deckung rausgegangen? Verletzt sind wir. Nicht so gut. Jetzt ist die Klassentechnik bereit. Da unten ist der eine Gegner. Zack, das waren sogar... Okay, das war doch nur einer. Aber gut. Uns fehlen noch 8. 7. 6. Und das... waren alle, die hier sind. So wie es aussieht. Es sei denn, hinter dem... ...geländer der Brücke sitzt noch einer. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir gleich erfahren. Hm. Wo ist der Kuckuck, wo die sind? Looten wir schnell den Konvoi und dann... ...fahren wir Richtung Stadtzentrum. Da oben steht ein Scharfschütze. Ich hab den Schalldämpfer noch nicht drauf. Machen wir schnell. So, da unten haben wir schon mal zwei. Sehr gut. Gut. Hast du von den abgestützten Helis... Hey! Was war das denn? War gar nichts. Das stimmt doch fast nicht. Meinst du? Zack. Fehlen noch zwei. Ich bin niemand. Niemand. Ich bin einfach niemand. Was auch nicht zu fragen, wer ich bin. Ich gebe dir keine Antwort. Fehlt noch ein Gegner. Läuft doch bestimmt irgendwo einer rum. Wo kommt diese Stimme her? Ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Ja. Wir werden zu oder zu bezahlen. Hm. Ich will da drüber. Komm. Ach, hier. Und damit sind wir auf Rang 3. Sehr schön.